hey man ja willkommen zum ankündigungsvideo zum haka workshop online auf zoom und zwar wenn du noch nicht weißt was haka ist haka ist ein kriegstanz der maoris und wurde vor den schlachten benutzt um den gegner einzuschüchtern und ich habe mir gedacht also ich praktiziere jetzt schon seit ein paar jahren und in mir erwacht da so eine krasse klarheit und so eine krasse präsenz und so eine einfach kristallklare energie die sich dann nicht nur in mir sondern auch in meinem ganzen leben und umfeld breit macht und das möchte ich euch einfach auch beibringen ja diesen haka beibringen ja das wird ein drei stunden workshop wo wirklich von der pike auf lernen den kamate so heißt er zu machen dass du den wirklich auch dann für dich alleine weiter praktizieren kannst ohne ständig irgendwie mit textblatt oder so dastehen dazustehen und genau vielleicht noch so ein paar kleine andere sachen die war da noch die ich da noch mit einbauen werde also wir werden nicht einfach nur diesen einen tanz lernen sondern vielleicht ein paar andere sachen machen deutschen habe ich auf jeden fall auch noch für alle die die also mehr bock haben auch was deutsches aber hauptfokus wird auf jeden fall auf dem auf maurischen also neuseeländischen kamate liegen und genau also wenn du bock hast einfach auf eine geile energie in dir ja auch noch diese diese friedvolle kriegerenergie fokus zu haben energie vor allem zu haben ja keine lethargie mehr klare präsenz ja von deiner frau wieder als richtiger mann wahrgenommen zu werden und diese verantwortung in sich auch zu spüren was bedeutet eigentlich was bedeutet es mann zu sein ja was bedeutet es präsent zu sein was bedeutet es die selbstverantwortung für meine emotionen und mein scheiß zu übernehmen ja und das nicht mehr auf die anderen zu projizieren sondern wirklich das mit mir auszumachen und das erst mal mit mir ins reine zu kommen und dann ein baum zu sein für alle diejenigen die gerade baum brauchen also darum wird es ungefähr gehen und genau also 15 februar ist montag wird der erste sein oder ja genau der erste 18 uhr bis 21 uhr und wer keinen bock hat das irgendwie auf montag oder einer woche zu machen mache ich noch mal einen am samstag da dann von 12 bis 15 uhr genau das ist dann montag ist der 15 dann 16 17 18 19 20 das müsste dann der 21 sein oder 20 egal auf jeden fall halt danach der samstag ok ihr lieben dann freue ich mich auf jeden fall wer dabei ist ach ja genau energieausgleich würde ich mir gerne wünschen im voraus per paper oder überweisung 30 bis 50 euro je nachdem wie viel geben könnt und ja ich glaube das war es ich freue mich auf jeden fall auf euch und habe richtig bock das mit euch zu machen und die männlichkeit in uns zu feiern ja da 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 Untertitelung des ZDF, 2020